hallöchen ihr waren außen da draußen und damit ein herzliches willkommen zu einer runde anno 22 05 so wir werden jetzt mal den mund ausbauen müssen wir wegen investoren dort brauchen wir aber hier die bionischen erweiterung wovon wir viel zu wenig machen wahrscheinlich einen gerade mal wir brauchen aber einige das heißt wir haben acht seltene erden die braucht man glaube ich dafür oder genau seltene erden werden wir das bauen die dinger sind das und da können wir auch noch ein bisschen dran bauen so wir haben das limit erreicht wir müssen hier aber noch ein schild generator inbauen so alles klar wir machen jetzt plus sechs wird immer noch viel zu wenig ist natürlich deswegen da werden wir noch mehr bauen müssen bau die mal bitte hier lang so das war schon plus 13 jetzt haben wir natürlich zu wenig seltene erden da machen wir noch nicht so damals plus 16 13 machen wir jetzt ne 13 so da müssen wir mal noch was bauen aber ich soll nicht daran bauen so so und so und das war es wieder jetzt machen wir schon plus 20 wird wahrscheinlich immer noch zu wenig ist so jetzt machen wir bloß 27 27 müssen wir natürlich gucken wir haben noch keine route dafür das heißt wir werden von da also sucht die waren aus vom mond die quelle von da bis da und wir werden natürlich ich denke mal so 25 machen dann haben wir plus ja manchmal plus fünf dann aber 23 so das haben wir so dann brauchen wir jetzt minus 10.000 kostet die lecke mich am arsch hammer so intellivier brauchen wir noch das bauen wir ja hier deswegen laden wir den mal wir brauchen die investoren mal halt doch die schnauze wir brauchen mich investoren für die nächste stufe deswegen da müssen wir jetzt mal hinkommen natürlich das heißt wir brauchen jetzt nur intellivier und die dinge aber das kriegen wir hin das kriegen wir hin so wir haben intellivier das passt so wir machen auch ganz zeit plus weil wir welche aufwerten können glaube ich oder sonst was intellivier haben wir hier oben gebaut glaube ich oder ne da sind die indektions dinge da auch nicht da haben wir angefangen aufzubauen genau stimmt wir haben zu wenig grafen gehabt stimmt ich erinnere mich ja immer geschmeidig bleiben ich will erstmal hier die kacke aufbauen wir brauchen intellivier immer noch das heißt wir brauchen mehr kann man hier so jetzt haben wir keine grafen mehr und natürlich viel zu wenig dinge so können wir irgendwo grafen machen da finden sie angestellten transport auf beliebige insel es gibt kein problem dass sie nicht lösen können richtig auf beliebiger insel ok da müssen wir schauen weil auf beliebiger insel ist jetzt natürlich toll da steht er doch sehr schön und zack haben wir wieder grafen gekriegt sehr gut so wir brauchen so ein teil nochmal eine siliziummine zack genau keine verkehrsanbindung ist klar so wir machen fünf vielleicht können wir gerade mal drei bauen die ist jetzt durch das heißt wir machen jetzt schon mal genug wir machen 28 plus können wir noch eine bauen nein haben wir keine grafen mehr für natürlich nicht jetzt können wir hier noch eine bauen so limit ist erreicht 50 machen wir gerade mal gerade mal das ist viel zu wenig leider gut für die kunden und dingens werden wir noch machen die frage ist wo baue ich eigentlich das teil hin hier also den das hier wow geht es groß hier unten wollte ich das hin bauen so hier könnte ich da zum beispiel hin bauen so und keine energie mehr toll so firmenstufe gestiegen saubär da fehlen immer noch verjüngungskuren und so das ist klar aber ich brauche muss erstmal intelliwehr hochbauen obwohl verjüngungskuren und so weiter könnte ich eigentlich auch mal wieder anlegen angehen verjüngungskur mache ich minus 11 grader das heißt ich brauche erstmal wieder algen nehme ich diese so machen wir wieder lkws einige einige moppels egal bauen wir ein sträßchen hin so bauen noch zwei stromlieferanten so wir haben jetzt algen 64 mal wieder so wollen wir denn die produktion hier dann bauen wir so auch hier wieder hin so 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 44 sehr schön dann können wir jetzt noch ne da können wir noch was dran bauen lass los danke so plus 5 plus 13 so haben wir fertig jetzt fehlt noch hier das natürlich also vitamin drinks das heißt wir müssen mal wieder eine obstfarm bauen so ja zu viel kann ich nicht bauen weil sonst habe ich keine grafen mehr 1 2 3 zack jetzt haben wir minus 4 gut aber 28 plus das heißt da haben wir genug für neuron plantate fehlen scheiße da muss ich auch den mond führen auf dem mond auf dem mond auf den gletscher fehlt auch was ok was ist denn los mit dir komm mir nicht aber zeige ach so da ist irgendwas fertig schönes ding 4 von 5 so ja so sieht das aus das glück ist mir wiederholt sie sind genau wie ich sehen wollte ich habe da nämlich einen kleinen auftrag äh welches ach so da hierhin so neuron plantate habe ich gesagt ne dafür brauchte man nix ach doch mulli den und da brauchen wir glaube ich einen bergbauplatz für ne genau benötigt bergbauplatz was ist das hier nein da ist deuterium voll ausgebaut haben wir überhaupt einen bergbauplatz Frage ich glaube nicht da oben sind noch welche da ist doch noch einer sehr schön so zehn zack zack so schon drei fast ja einiges sagen wir mal so so da bauen wir hier doch direkt unsere implantatsproduktion zack 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 oh können wir noch ein ja ja cool oh ja sehe ich gerade ups schnell noch ein Modul bauen wie flammen wir denn von dem Eis noch zu wenig dann brauchen wir noch Eis geotermale Turbinen wir haben doch hier noch einen bergbauplatz oder? da äh Polarstraße ok so jetzt sollten wir euch genug Energie haben kostet nur Inridium so ein bisschen weniger Kohle dafür so jetzt haben wir genug Strom so wie viel Neuronplanter da haben wir jetzt? 40 und zu wenig Molybden ok der ist besetzt der ist besetzt der ist besetzt alles klar das heißt wir müssen die andere Seite machen dann muss ich nochmal gucken wie man da hinkommt wie komme ich denn darüber? du kannst schon mal das hier anklemmen dann darüber fahren wie komme ich denn da rüber? frage oder ist hier ein Bauplatz da ist ein Bauplatz ups ok haben wir hier noch irgendwo welche? da ist da ist einer da ist schon der ist schon die zwei sind auch und hier bin ich noch nicht na na dann gut aber ich mach plus 40 also ne ich wollte mal kurz die Quest hier fertig machen schon mal eben wenn ich schon mal hier bin am Gletscher kann ich die auch fertig machen so ich hab da was im Netz gefunden das dich interessieren dürfte naja hast du schön schön für dich auch schon fast wieder ein höher schon krass wenn man mal so überlegt so wie sieht das überhaupt aus? kann ich eigentlich mal wieder irgendwo was bauen? sehen hier aus ich könnte hier so mir könnte ich auch was bauen hier rum so scheiße egal machen wir so so können wir Robert bauen so wie hier oben und hier und hier zack können wir nämlich mal ein bisschen wieder machen auch mal ein bisschen ausbauen wieder dass wir hier auch mal ein bisschen was kriegen so du bist auch da dann mach du den so du fährst da hin so habe ich hier auch an ja können sogar elf stück hoch drücken wo ich gleich sowieso ja dürfte gleich eigentlich soweit sein können noch ein gemeindezentrum hinbauen so dann haben die dann nämlich auch machen sie recht hoch sehr schön so unser Schiff hier ist auch da kannst du dann auch noch abladen dann haben wir die eine von den Sektor-Quests auch wieder fällig so natürlich mussten wir aus Sicherheitsgründen das Öl aus der Plattform gucken bitte halten Sie den Kassel für den Augenblick sollten wir uns teilen jetzt baut der auch entfernen Sie was wurde für sich jetzt ventile also von jeder oder wird ah gut ich sehe dass sie vor jetzt können wir das okay ich hätte nicht gedacht dass ich so weit reißen muss aber ich möchte Ihnen diese Chance alter 3000 das so ein Schaden oder so habe ich denn irgendwo Platz hier ach der ist Berg ne ist ja gar nicht Wasser mhm ne Küste haben wir noch welche ja haben wir noch ach kostet 10 geil kann ich einbauen wow ich bin begeistert 410 zack tja aber die 3000 komme ich gerade nicht dran da müsste ich eine Quest machen da ist einer aber dann wollen wir das mal eben machen können wir noch ein paar Pätochemikale dann werden wir die Folge wieder beenden wenn wir die Quest gemacht haben und da ein bisschen Energie hochgepumpt haben danke hier war irgendwo einer ne genau da weil das würde ich gerne natürlich auch fertig machen die Sektor Projekte mal gucken aber auf jeden Fall wird Kap Ambar das nächste sein was hochgepusht werden muss wegen den Investoren halt das heißt ich muss auf jeden Fall jetzt Neurumplantate noch rüber schicken hallo danke da unten ist einer irgendwo hier ach da komm ich da überhaupt dran hm müssen wir gleich mal gucken mal schauen ach so haben wir hier irgendwas zu kaufen eigentlich Pätochemikalien danke da können wir wenigstens ein bisschen ausbauen hier so da können wir das schon mal hochpushen da komm ich gar nicht dran geil wie soll das bitte schön gehen Fahrzeug nutzen zum einsammeln ja super toll Tür äh äh ja da hast Pech kommt manchmal muss man sich eingestehen dass man aufhören sollte wir brauchen Unterstützung von höchster Stelle um das hinzubekommen mhm kann ich dich bei der Sache mit dem ah ne alle sind deswegen ziemlich besorgt holler Job wo okay das Ding muss ich wegbringen da machen wir die Quest halt ach ja immer so ein Stress hier ehrlich haben wir immer noch nicht die Stufe krass 70 Leute fehlen da gibt es doch jetzt nicht oder so können wir da noch welche hinbauen hier einer auf jeden Fall da können wir auch noch ja cool da passt nichts mehr hier könnten wir noch und da so mach mal so scheiß auf ähm da können wir auch noch so geht doch fertig wir brauchen mal fünf zu wenig viel zu wenig wir brauchen 3000 Energie das ist der Shit viel zu wenig Energie machen wir groß koppel anderen so wo eben da unten ok so war das hat deswegen auch überwacht da müssen wir in dem Fenster wo der jetzt vorbeigeht müssen wir rein und abgeben das passt das oder wo der dann vorbei ist aber dauert sowieso ein bisschen bis er da ist 3000 Energie ey ist ja der Hammer aber wir brauchen nur Stimulantien sehe ich gerade so müssen wir jetzt mal gucken und rein so und geschafft sehr gut ähm ja eins zwei drei so das war's 1700 und haben nur noch zwei Meter aber wir brauchen nur Stimulantien auch noch oi 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 brauchen die die ersten schon ne die brauchen die ne ja da haben wir sowieso die ganze kack noch nicht deswegen das ist nicht ganz so schlimm das würde eher sagen wir brauchen noch sowas ach so da muss ich noch eine Straße hin so jetzt haben wir plus acht hier braucht der oh ups minus sieben toll man braucht ja so viel der Sack kredit logistik nö ich habe ich gedacht ja schade geht nicht ja ja trotz nicht ähm transporter knapp heute das aber frech so da die ist ja frech aber jetzt naja gut wir haben zu wenig Chemikalien definitiv gut ist auch nicht schlimm sondern ich würde jetzt die Folge erstmal beenden bevor ich aber das mache möchte ich gerne Implantate dahin schicken ich denke sie sollten wie folgt vorgehen so machen wir mal so so 75 und ich würde sagen wie immer wenn euch die Folge gefallen hat lasst ein Like da lasst ein Abo da lasst ein Kommentar da ansonsten wieder einen schönen Tag einen schönen Abend wie auch immer wir sehen uns beim nächsten Mal bei einer Runde Arno 22 05 Tschüssingen 2 05 2 05 3 05 1 05 3 06 4 05 5 06 7 06 6 7 05